Ja, ein wunderschönes Hallo zusammen beim RW-Pod, den wir heute gekidnappt haben. Wir, das bin einmal ich, Franz Neumann. Und einmal ich, Laura aus Heidelberg. Ach, dann sollte ich vielleicht auch noch sagen, aus Bochum, lange Pause zur letzten Folge und wir haben die Jungs einfach mal gefragt, wie sieht's denn aus? Wir haben da eine Idee, können wir da vielleicht ein wenig aushelfen? Ja, und das gab ein Okay und deswegen sind die Laura und ich heute hier und erzählen euch was zu. American Gods von Neil Gaiman. Ich find's auch lustig, dass ich als Neil Gaiman-Expertin angefragt wurde und sofort dachte so, was? Ich hab doch gar nicht alles von Neil Gaiman gelesen. Ja, aber doch so einiges. Wir versuchen eine kompetente Diskussion zu American Gods zu führen heute. Das hatte mich ein Grund, denn wir haben jetzt heute Freitag den 28.04., wenn wir das Ganze aufnehmen. Und am 30.04. nach US-amerikanischer Zeit startet die Serienadaption zu dem Buch. Auf die ich ja schon sehr, sehr, sehr gespannt bin. Ab dem Moment, als angekündigt wurde, dass die Serie kam, hing ich an jedem Trailer dran. Und ich hab mich so drüber gefreut und ich freu mich auch so drüber, auf qualifizierter Religionswissenschafts-Nerd-Ebene nochmal, naja, mehr oder weniger qualifizierter Religionswissenschafts-Nerd-Ebene über American Gods zu sprechen. Die Trailer, die ja schon rausgekommen sind, sind ja erstmal cineastisch schon recht ansprechend, wenn auch sehr blutig. Ja, generell, Leute, die Game of Thrones geschaut haben, glaube ich, denken bei American Gods nicht mehr, oh mein Gott, wie krass, wie blutig. Also ich glaube, das wird nicht das große Problem sein mit den durch Game of Thrones etablierten Sehgewohnheiten. Das hoffen wir einfach mal. Sollten wir vielleicht erwähnen, das Ganze kann man ja auf Amazon dann gucken. Da hat Amazon ja die Rechte für bekommen von Stars, das in Deutschland zu zeigen. Und wir sind quasi, ich glaube, zwei, drei Stunden eher dran, was die Ausstrahlung angeht. Weil ab zwölf Uhr nachts, also am Montag eigentlich, geht's dann los. Oder irre ich mich da? Ich weiß es nicht genau. Ich hab mir eh vorgenommen, weil ich seit Netflix keine Serie mehr über eine Woche verteilt irgendwie immer schauen kann, dass ich alles irgendwie in zwei Nächten durchbingen werde. Also für mich geht American Gods los, wenn alle Folgen draußen sind. Und du musst dann den Mantel des Schweigens über alles hüllen. Ja gut, das muss ich ja bei Game of Thrones sowieso immer. Ja, also ich werde es sicherlich nicht bingen, aber schauen wir mal, vielleicht enttäuscht uns ja die Serie, wenn wir Pech haben. Ach du, ich glaub's nicht. Neil Gaiman hat ja auch die Drehbücher mitgeschrieben und alles observiert und zu allem sein Okay gegeben. Und ich hab Vertrauen in Neil Gaiman. Aber bevor wir jetzt schon mega krass ins Inhaltliche abschweifen, wir müssen doch noch Ankündigungen machen. Wir haben doch noch einen informativen Auftrag jenseits von American Gods. Ach so, stimmt. Ja, siehste, den hätte ich jetzt fast schon wieder vergessen. Wir sind, wir haben vor drei, vier Tagen oder so haben wir die Vorbesprechung gemacht. Und da sind wir dann auch sowieso anschließend nochmal in ganz andere nerdige Welten abgedriftet. Aber wir haben da schon wie wild diskutiert, was den Plot angeht und was wir jetzt reinnehmen, was wir reinnehmen können, wofür die Zeit überhaupt reicht. Aber ich schweife schon wieder ab, Entschuldigung. Schon wieder, schon wieder. Es ist einfach auch zu packend und wenn man die Intros gesehen hat. Ich gebe jetzt einfach, ich gebe jetzt einfach das entscheidende Stichwort Symposium. Ja, da war ja was, genau. Jetzt, jetzt kannst du nicht mehr abschweifen. Am? Am 25. bis 28. Mai 2017. Ah, genau, so war das. Findet das 24. Symposium der Studierenden der Religionswissenschaft Opening Pandoras Box Sex, Power and Religion in München statt. Und alle nötigen Informationen könnt ihr auf pandorasbox2017.wordpress.com entnehmen. Aber ich denke, da wird auch nochmal was in den Shownotes verlinkt. Und ich bin auf jeden Fall da, du bist auch auf jeden Fall da. Also so sieht es momentan aus. Vielleicht entscheidet sich ja der oder die eine andere spontan nach München zu fahren. Das Hauptargument für München bei der Wahl des nächsten Austragungsortes des Symposiums letztes Jahr war Bier. Vielleicht ist es ja auch noch für den oder die einen oder andere ein Anreiz, den Weg auf sich zu nehmen. Aber ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Und vor allem muss ich noch meinen Vortrag vorbereiten. Und ich weiß nicht, wie ich die Zeit einhalten soll. Genauso wie ich nicht weiß, wie ich heute hier die Zeit einhalten soll, ohne mich zu verquatschen. Ach du, das ist mit der Zeit. Ich habe da ja schon ein bisschen Erfahrung. Das ist immer, wie es gerade läuft. Macht dir da mal keine Sorgen. Und das sage ich auch allen anderen, die auf jeden Fall schon einen Vortrag halten oder halten wollen. Macht euch da nicht zu viele Köpfe drum. Ich habe es in den letzten Jahren beispielsweise auch immer dann kurz vor Schluss dann auch ein Panel sausen lassen und dann meinen Vortrag letztendlich fertig gemacht. Weil man kommt ins Quatschen. Man trifft alte, bekannte, liebgewonnene Gesichter wieder, mit denen man natürlich erstmal quatschen muss. Weil komischerweise kann man mit denen ja zwischendurch auch irgendwie nicht quatschen. Trotz der ganzen sozialen Medien, die man hat. Und wie gesagt, keine Angst, macht das einfach, traut euch. Und ich denke mal, die Münchner werden da auch, was die Fristen angeht, herrscht ja durchaus Verwirrung. Du hast aber Bescheid bekommen. Ja, ich habe zumindest eine Rückantwort bekommen für Anmeldung und ich glaube auch Abstract. Okay, gut. Weil ich warte da auch noch drauf. Also falls Münchner gerade zuhören, es wäre super, wenn ihr dann kurz mal was rausfunken würdet in die Welt. Weil da herrschen ziemlich große Fragezeichen vor an der Stelle. Aber wir sehen das dann natürlich alles positiv. Das wird auf jeden Fall klappen. Und im Zweifelsfall treffen wir uns da ja sowieso. Und ohne richtiges Symposium kriegen wir in München sicherlich auch noch was anderes gestattet, oder? Ja. Ich bin gerade schon krass im Thema. Ich möchte jetzt über American Gods sprechen. Haben wir den Pflichtteil hinter uns? Ja klar, können wir machen. American Gods. Plot und Story. Müssen wir dann Spoiler-Warnung raushauen? Ähm, wir hatten vor, einen Teil Spoiler freizuhalten, einen Teil dann irgendwie so in Spoiler-Abgründe zu steigen. Ich würde sagen, wir machen einfach die Spoiler-Warnung, wenn wir merken, dass wir was besprechen, wo wir definitiv wichtige Plot-Points rausgeben. Okay, dann ändere ich dich hiermit zur Spoiler-Beauftragten, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich das unbedingt einhalten werde können. Ich hätte jetzt gerne so eine kleine Hotelklingel, wie sie immer an Rezeptionen stehen. Einfach, um dann immer so zwischendurch den durchdringendsten Ton aller Zeiten auf Mikrofon zu wandern. So einen klassischen Buzzer, ja? Wo du einfach draufhauen musst. Nee, ich finde, Hotelklingel passt besser zur Atmosphäre. Okay. Also. Aber womit fangen wir denn an bei American Gods? Ich würde sagen, die einfachsten Punkte der Handlung. Also American Gods, von Neil Gaiman geschrieben, handelt von Shadow Moon, der aufgrund des Todes seiner Frau aus dem Gefängnis frühzeitig entlassen wird. Und auf einem Flug in einem Flugzeug auf Mr. Wednesday trifft. Wie sich herausstellt, ist Mr. Wednesday nicht einfach nur jemand, der zufällig nach einem Wochentag bedannt ist, sondern der ursprüngliche Namensgeber dieses Wochentages, nämlich Odin. Siehst du, und da hätte ich mir vielleicht auch schon eine Spoiler-Warnung gewünscht. Ja, ich muss ja erklären, wer Mr. Wednesday ist, um die Prämisse des Buches überhaupt dann zu erklären. Aber zu allem anderen halte ich mich bedeckt. Und wie sich dann herausstellt, erhält Shadow Moon von Mr. Wednesday eben eine Anstellung und wird verwickelt in einen Konflikt zwischen alten und neuen Göttern. Diese alten Götter sind die Götter, die ja in Anführungszeichen seit Anbeginn des Landes von den ersten Siedlern mitgebracht wurden. Und diese Götter sehen sich eben bedroht durch Neugötter der Technologie, der Medien, der Autobahn, der Vernetzung. Und alles andere wäre gespoilert, oder? Ach, ich weiß nicht, so ein paar wichtige Figuren kann man ja vielleicht nennen, die vorkommen, um die man jetzt nicht unbedingt drumherum kommt und dessen Schicksal man ja nicht unbedingt verrät. Also wir haben schon gehört, wir haben die Hauptfigur Shadow Moon. Wer das Buch liest, wird feststellen, dass da einige feine Wortspiele drin sind, was die einzelnen Namen angeht. Was Laura schon angesprochen hat, Wednesday, der das aber auch relativ frühzeitig ja für den belesenen Religionswissenschaftler auflöst, wer genau er ist. Aber Shadow Moon, vom Namen her, von der Bedeutung, ist bei dir auch so ein Fragezeichen direkt aufgepoppt. Könnte das auch irgendeine verschlüsselte Geschichte sein, um da vom Charakter schon was abzulesen? Nee, das nicht, weil ich, als ich zum ersten Mal American Gods gelesen habe, so überfordert war von Neil Gaiman's Art und Weise, Charaktere einzuführen. Und ich weiß nicht, wie es dir so beim Lesen vorgekommen ist, aber für mich war Shadow Moon immer so total distanziert und mir fiel es schwer, ihn wirklich so als Hauptfigur und Identifikationsfigur des Buches so sofort anzunehmen. Deswegen habe ich das Buch erst angefangen zu lesen, 250 Seiten weit gekommen, also zur Hälfte durch und dann wieder beiseite gelegt, weil ich irgendwie nichts damit anfangen konnte. Habe erst mal zwei andere Bücher von Gaiman gelesen und dann so allmählich verstanden, wie er Figuren einführt und Geschichten konstruiert. Aber am Anfang war ich viel zu sehr damit beschäftigt, irgendwie das zu verstehen, als dass ich schon irgendwie groß religionswissenschaftlich gerätselt hätte. Okay, also das heißt, du hast es noch privat lesen können, bevor die Religionswissenschaftlerin sich an das Buch machte? Ja, beziehungsweise ich habe es zu einem Zeitpunkt lesen können, wo es noch ein Privatleben gab, das noch nicht von der Religionswissenschaft komplett durchdrungen war. Das heißt, genau, wie alt ist das Buch nochmal von? 1999 oder so? Ja. Anfang 2000er? Ja, doch, das kommt hin. Und es war, glaube ich, beim Comic-Con-Panel, da hat Neil Gaiman ein bisschen was zu erzählt, in dem entsprechenden American Gods Comic-Con-Panel ruhig mal angucken und anhören. Und wo wir gerade beim Autor sind, bei Gaiman ist es ja nicht nur American Gods, der hat ja vorher schon ein paar Sachen gemacht, unter anderem auch mit dem bei vielen beliebten Terry Pratchett. Und noch ein paar andere auch, sagen wir mal, religionswissenschaftlich sicherlich interessante Bücher geschrieben. Ja. Von denen du ja auch welche gelesen hast. Ja, es gibt die Sandman Comics, in denen auch noch Bezug auf Religion genommen wird. Dann Anansi Boys. Und ich habe da jetzt auch heute noch einen Text überflogen, der heißt Gods of Dream and Suburbia, wo es eben darum geht, wie Neil Gaiman eigentlich in vielen seiner Werke alte nordische Gottheiten in sogenannte polymythological universes einbaut. Dieser Text befindet sich generell in einem Sammelband zur Rezeption der Edda, in dem eben die grundlegende These ist, dass die Edda aufgrund ihrer Bekanntheit zu einem sogenannten Motivreservoir geworden ist. Also, dass Motive, Figuren der Edda sehr leicht zugänglich und sehr leicht zu entschlüsseln sind. Und gerade in Bezug auf Neil Gaiman wird es dann so ausgedrückt, dass er verschiedene Mythologien als Building Blocks of New Fictional Worlds verwendet. Und was vor allem und auch in American Gods besonders hervortritt, ist, dass Gaiman auch keine Allgemeingültigkeitsansprüche an eine besondere Mythologie irgendwie stellt. Es lässt sich zwar häufig beobachten, dass nordische Mythologie im Vordergrund steht, diesem Februar kam auch von Gaiman eine Neuauflage der Sagen der Edda vor, also Norse Mythology, eben nochmal in seinem Erzählstil aufgearbeitet. Aber obwohl diese nordische Mythologie im Vordergrund steht oder quasi als leichteste Identifikationsstruktur bedient wird, merkt man doch, dass irgendwie die Figuren, die Götter, Göttinnen, Transzendenten, Instanzen, die auftauchen, alle gleichberechtigt scheinen. Und in diesem Artikel, Gods of Dreams and Suburbia, wird eben daraus abgeleitet, dass Neil Gaimans Werke, die sich eben auf Mythologie beziehen, auch eine Reflexion über die rezente Rolle von Religion darstellen. Also, dass eben, ja, was häufig auch mit dem Stichwort Bricolage oder Markt der Religionen versehen wird, dass sowas eben durch dieses Auftreten verschiedenster Mythologien und verschiedenster Transzendenten Instanzen die gegenwärtige Lage eigentlich widerspiegelt. Und das ist auch einer der Gründe, abgesehen von persönlichem Interesse, warum wir über American Gods heute sprechen. Ja, das kann ich so bestätigen. Aber um den Leuten, die vielleicht American Gods noch nicht gelesen haben, noch nichts von gehört haben oder von Neil Gaiman noch nichts gelesen oder gehört haben. Neil Gaiman ist unter anderem auch für Lucifer verantwortlich. Da geht's halt auch, wie der Name schon verrät, um den Teufel. Also, der Mann ist definitiv religionsinteressiert und begeistert. Ist kein gelernter Religionswissenschaftler, oder? Nein, soweit ich weiß nicht. Hat Journalismus studiert. Schade. Kein Religionswissenschaftler. Okay. Aber ich hab hier die neueste Version des Buches, den sogenannten Director's Cut. Und da gibt's ein Vorwort von ihm extra, wohl auch fürs deutsche Publikum speziell. Und ich weiß ja nicht. Wir werden ja sehen, wo das nächste Symposium stattfindet. Vielleicht könnte man Herrn Gaiman ja fragen, wenn er vielleicht sowieso in der Nähe ist, ob er nicht als Gastredner vorbeikommt. Wäre doch eine Idee, oder? Wärst du auch sofort wieder dabei, so wie ich dich kenne. Ja, da wäre ich sofort dabei. Aber ich glaube, Neil Gaiman ist mittlerweile so ausgebucht. Also, der macht ja super, super viel. Weiß nicht, wie leicht man den dann nach Deutschland bekommt. Ja, versuchen kann man's ja mal. Ich mein, die Comic-Con läuft ja auch parallel zum Symposium. Und, naja, wer weiß. Gut. Soviel zu Neil Gaiman direkt. Alles andere könnt ihr euch im Netz auch so nochmal anlesen oder angucken. Von uns auf jeden Fall empfohlen. Du hast gerade auch noch Anansi Boys angesprochen. Anansi Boys wird, so wie ich gehört habe, wohl auch ein wenig in die Serie einfließen. Denn, um das schon mal klarzustellen, Serie und Buch driften ein bisschen auseinander und nicht nur, sagen wir mal, auf natürlichem Wege, weil man da jetzt irgendwie künstlerische Freiheiten ansetzt, seitens der Produzenten und Regisseure, sondern weil man einfach auch viel mehr Zeit zum Erzählen hat und Personen viel tiefer weiterentwickeln kann, die im Buch nur Nebenrollen haben. Und eine Nebenrollen davon, das können wir ja auch sagen, das ist Mr. Nancy. Aber wer dahinter steckt, verraten wir jetzt nicht. Nee, die Leute brauchen ja auch einen Anreiz, warum sie das Buch lesen. Aber zum Beispiel auch die Frauenrollen, die sollen in der Serie mehr Platz einnehmen. Das fand ich auch einen spannenden Gedanken. Die ersten Bilder, die ich davon gesehen hab, so als Screenshots oder ähnliches. Da gibt's so eine Szene, die ist, formulieren wir es mal so, sehr einnehmend. Du weißt, glaube ich, welche ich meine. Ja, ja, ja. Also das Buch ist auch super witzig geschrieben und wenn der Witz dann auch in der Serie rauskommt, dann, ja, dann ist das einfach rund um das Wohlfühlpaket für den Religionswissenschaftler, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Was ich noch spannend fand, ich hab heute noch einen Artikel aus der New York Times gelesen, der getitelt hat Why a story about ancient deities is relevant now. Genau. Da wurde halt eben auch angesprochen, dass American Gods auch aufgrund der Tatsache, dass es, Zitat, a story of diversity and a multi-ethnic caste enthalte, eben dieses Zusammenspiel von der sogenannten amerikanischen Kultur und ihren Ursprüngen in der Immigration beleuchten würde. Und die Macher selbst haben sich auch dazu geäußert und gemeint, wir sind im Oktober mit dieser Serie fertig geworden. Damals war sie noch kein politisches Statement. Mittlerweile ist sie eins geworden. Also das finde ich auch spannend. Und es wurde auch angedeutet, dass sie irgendwie gesagt haben, vielleicht haben wir doch ein paar zu viele Buttons gepusht. Also vielleicht doch ein paar zu kritische Dinge reingenommen, die aber erst im Nachhinein so sind. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf die Serie. Heißt also, selbst wenn man das Buch schon gelesen hat, wird man einige neue Sachen und Wow-Effekte geliefert bekommen. Wir sind gespannt. Aber wir gehen jetzt mal auch langsam in Medias Res und setzen uns weniger nördlich und etwas mehr religionswissenschaftlich mit dem Inhalt auseinander, oder? Ja. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ladies first. Also was ich an American Gods so faszinierend fand, nachdem ich es dann zum zweiten Mal komplett gelesen hatte und auch so die Revi-Brille wieder auf hatte, war, dass das, was Neil Gaiman eigentlich beschreibt, super kulturwissenschaftlich ist. Also er beschreibt diese Götter, die nach Amerika gekommen sind, die nur in Amerika sind, weil dort eben Akteure sind, die an sie glauben, beziehungsweise sie aufrechterhalten. Also es wird an einem Punkt auch gesagt, die Götter, die brauchen irgendwie diese Zuwendung, also irgendwie Handlungen von Akteuren, um in der neuen Welt am Leben zu bleiben. Und das ist kulturwissenschaftliche Religionsdefinition irgendwie in ihrer Reinform. Und an was ich mich auch stark erinnert gefühlt habe, ist die translokative Analyse nach Thomas Tweed, wo eben gesagt wird, wir müssen weg von monolithischen Wahrnehmungen von Kultur und hin zu Orten. Und an diesen Orten soll eben untersucht werden, wer dort ist und wer dort vorbeikommt. Und Tweed erwähnt in seinem Text, in dem er dieses Programm aufstellt, explizit auch, auch Supernatural Beings, deren Anwesenheit von Akteuren wahrgenommen wird, können für diese translokativen Ströme oder diese translokative Analyse von Relevanz sein. Und genau das ist eigentlich American Gods. Natürlich beschreibt Neil Gaiman dann diese Götter als für die Personen in dem Buch real existierend. Aber wenn man den Schritt weiter denkt, klingt das arg nach, ja, Akteure nehmen an, dass dort Figuren sind, die Handlungsmacht haben. Und auf der anderen Seite klingt Gaiman oder die Figuren, die Gaiman sprechen lässt, klingen teilweise wie Metea Iliade. Und das finde ich so einen schönen Widerspruch zwischen Kulturwissenschaft und Phänomenologie irgendwie. Und das hat mich eigentlich am Ende mehr gekriegt, als die tatsächlichen Figuren, die aufgetreten sind, lustigerweise. Wir hatten mal in der Einführungsveranstaltung die Sitzung, warum Religionswissenschaft so sexy ist. Und das war tatsächlich persönlich auf Iliade bezogen. Und das klingt gerade so, dass der sexy Mechee Iliade dich da so irgendwie im Bann gehalten hätte. Ach du. Nee, ich hab ein bisschen Iliade-Trauma. Ja, dann ist das, was wir jetzt besprechen, quasi so ein bisschen Therapie dann auch. Ja, es ist alles Vergangenheitsbewältigung. Nee, das Trauma beschränkt sich vor allem auf eine Hausarbeit über Iliade, durch die ich mich durchquälen musste. Seitdem kann ich nicht mehr so humorvoll über Iliade sprechen. Iliade ist so ein bisschen meine Harry-Potter-Blitznarbe. So immer, wenn ich irgendwie so eins von diesen Red-Flag-Words höre, wie archaisch, hierophanie, das heilige, Manifestation, dann greife ich mir so an die Stirn. Und wo Harry Potter dann Bilder von Voldemort sehen würde, sehe ich einfach nur Iliade, wie er in seinem Lehnstuhl sitzt und Pfeife raucht. Das ist so meine Beziehung zu Iliade. Aber immerhin hat Iliade eine Nase. Immerhin. Und er hatte auch eine sehr schöne Brille. Also auf die Brille bin ich echt neidisch. Iliade ist so ein bisschen auch in meinen Fokus gerückt bezüglich seiner Ideen zu Schamanismus und ähnlichem. Diesbezüglich findet sich meines Erachtens auch viel von dieser Thematik wieder in dem Buch und auch was die Weltkonstruktion so ein bisschen angeht. Ja. Die Götter brauchen die Riten und nicht nur die Riten, sondern ja auch den direkten Glauben an sie. Also sie werden ja quasi wie Ideen mitgeschleppt, nur dass sich diese Ideen plötzlich personifizieren. Ja, ich finde, es ist auch immer so, es gibt ja einige Götter dann in American Gods, die wirklich Handlungen verlangen, um am Leben zu bleiben. Und manchen reicht auch einfach nur dieses eigentlich essentialistische Menschenglauben. Das finde ich auch sehr spannend. Du hast ja vorhin schon angesprochen, wir haben alte und neue Götter. Und die Frage ist ja letztlich dann auch, wie genau unterscheiden wir die und ist das nur eine technologische Linie, die wir dann zwischen den beiden ziehen? Beispielsweise sind die Autobahn, es sind Computer, das Internet, die Medien an sich, die da auftreten. Aber es ist auch so, dass gerade die eher weniger durch das konkrete Ritual ihre Verehrung finden und den Glauben daran. Also man spricht ja nicht ohne Grund im Volksmund vom Technikglauben. Ja, mehr durch ihre Omnipräsenz und eigentlich selbstverständliche Nutzung durch Menschen. Ich finde es auch spannend, dass diese neuen Götter die Dinge sind, die häufig auch in, ja, religionswissenschaftlicher Fachliteratur eigentlich erwähnt werden, als, ja, die gefährden traditionelle Religionen. Also gerade das Internet durch den Abbau von Autoritäten sehen sich plötzlich traditionelle Formen von Religion vor große Herausforderungen gestellt und müssen irgendwie das Internet nutzen. Und ich finde es spannend, dass sich das eigentlich auch wieder mit religionswissenschaftlichem Wissen eigentlich beschreiben lässt. Ja, ich habe mir noch eine Stelle rausgesucht. Wir haben da nämlich die Figur Technic Boy, einer dieser neuen Götter. Und der hat eine Drohung an die alten Götter. Sag ihm, dass Sprache ein Virus ist und Religion ein Betriebssystem und Gebete sind nichts anderes als Spam. Das heißt, wenn Gebete überflüssig sind, das ist ja ein gewisser Mechanismus, der dem Universum inne wohnt und dem sind damit ja die Götter und alle anderen Kreaturen unterworfen. Ja. Da haben wir ja schon wieder, wenn man so möchte, Makro-Mikro-Kosmos. Da ist jetzt natürlich nur die Frage, wo man da die Grenze zieht nach dem klassischen Iliade, würde ich jetzt zumindest sagen. Ja, wo ich besonders Iliade wiedererkannt habe, war in der Rede von heiligen Orten. Natürlich auch in diesem Makro-Mikro-Kosmos-Denken, aber auch in der Annahme, dass die Götter, Göttinnen, Transzendenten Instanzen, die in American Gods auftauchen, vordergründig nicht als solche zu erkennen sind, sondern dass es eben eine Welt hinter der Welt gibt. Und da gibt es eine Stelle, als Shadow und Mr. Wednesday eben so ein Portal zu der Welt hinter der Welt aufsuchen. Ich habe das Zitat auch rausgeschrieben. Oh, schön. Darf ich das einfach mal zitieren? Ja, dann lies mal vor. In anderen Ländern erkennen die Menschen im Laufe der Jahre, wenn einem Ort große Macht inne wohnt. Manchmal handelt es sich dabei um ein natürliches Gebilde, manchmal ist es nur ein ungewöhnlicher Ort. Die Leute wissen, dass sich dort bedeutsame Dinge ereignen, dass dort etwas konzentriert und kanalisiert wird, dass dort irgendein Fenster zur Immanenz existiert. Also errichten sie Tempel oder Kathedralen oder Steinkreise. Die sind, wolltest du gerade anfangen, die sind an so einem Ort nämlich gerade. Ja, und an dieser Stelle sagt dann auch Mr. Wednesday, ja, früher war das so, dass eben die Menschen dort Tempel, Kathedralen, sonst was errichtet haben. Und heute sind es, wie drückt das aus, irgendwie Roadside Attractions, also ja, Sehenswürdigkeiten, die direkt an Autobahnen ausgeschildert sind. Ich bin nicht mehr dazu gekommen, das genaue Zitat bei Iliade nachzuschauen. Aber wenn er davon spricht, wie sich das Heilige in Natur offenbart und der moderne Mensch es nicht mehr wahrnimmt, dreht er da auch davon, dass für den modernen Menschen doch aber immer noch Landschaften, Hierophanien sein können. Aber es sind eben keine Hierophanien mehr, die als göttlich wahrgenommen werden, sondern eben irgendwie so als Erinnerungen, als Sentimentalität. Also zum Beispiel von dem Ort der ersten Liebe, von der Landschaft der Kindheit. Und da habe ich auch ganz arge Parallelen irgendwie wiedergefunden. Um das kurz im Buch festzuhalten, die sind ja bei so einem riesigen Karussell. Ja. Dann gibt es dann auch von Shadow eben ein Zitat und ich denke, das sollte man hier auf jeden Fall unbedingt erwähnen. Man könnte es ja quasi als Antwort auch an Iliade betrachten. Nach ihrer Theorie, sagte Shadow, wäre Walt Disney World, also der heiligste Ort in ganz Amerika. Ja, das finde ich super schön, diese super Iliadeske Vorstellung, dass der moderne Mensch irgendwelche Ersatzorte, Ersatzprodukte, Ersatzgötter eigentlich auch braucht. Ja, und wenn das dann vor allem Mickey Maus ist. Ja, ich meine, es gibt auch Arbeiten von Iliade, wo er sagt, in der Popkultur der, ich glaube, 60er Jahre, hat er dieses Buch noch geschrieben, in Superman werden eigentlich die Mythen des archaischen Menschen wiederbelebt. Das finde ich auch ganz interessant, dass irgendwie so der phänomenologische Zugang zur Popkultur da war, bevor der aus heutiger Perspektive religionswissenschaftlich-kulturwissenschaftliche Zugang zur Popkultur da war. Da kann man mal sehen, für alle, die noch irgendwie gezweifelt haben, ist das was für mich? Warum quatschen die darüber? Ihr hört, wir sind jetzt gerade erst so ein bisschen eingestiegen, und da kann man ganz viel rausholen aus dem Buch, worauf ich noch zu sprechen kommen wollte. Zum einen haben wir hier auch konkret den Begriff Immanenz, das Fenster zur Immanenz. Zum anderen, so viel kann man ja ruhig verraten, die steigen auf dieses alte Karussell, so ein riesiges, großes Karussell mit allen möglichen verschiedenen Tierfiguren und Mischwesen, und die setzen sich dann auf diese Figuren drauf, und die reiten dann auf dem Karussell und kommen dann zu einem Ort, wo die sich mit anderen Göttern treffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat schon viel, wie ich finde, von schamanischer Reise, mit diesem Übergang eben, dass man da auch so ein, ja, so ein Hilfs... Die moderne Esoterik spricht ja gerne von Krafttieren, die einen dann rüberbringen, denn die werden ja danach auch lebendig. Ja, da kann man viel draus ziehen. Da findet sich halt eigentlich schon wieder die nächste Querverbindung, und es ist wie der Iliade, meine religionswissenschaftliche Harry-Potter-Nabe schmerzt wieder. Was ich spannend finde, was für eine hohe Wirkmacht dieses Bild von Schamanismus, das eigentlich von Iliade gezeichnet wurde, so entfaltet hat. Und zum Beispiel, sehr auffällig fand ich das dann, als ich mal eine Hausarbeit über nordische Mythologie und Worldbuilding geschrieben habe, und dann in einem Buch über nordische Mythologie, die sogenannte Wikinger-Kultur, dann plötzlich kam, ja, und es gab auch Schamanen, Fußnote, siehe Iliade, wie heißt das Buch genau, Schamanismus und archaische Ekstasetechnik? Ja, gell? Ja, ich meine schon. Ich fände es super spannend, Gaymans Darstellung von nordischer Mythologie, nordischer Religion und vor allem auch Ritualen dann nochmal mit dem Schamanismus-Bild von Iliade abzugleichen. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Es gibt übrigens auch ein schönes Video von, nennt sich, glaube ich, Neil Gayman, geht zurück zu den Wurzeln von American Gods, und dann ist der in Reykjavik, wo die ja einen großen alten nordischen Tempel aufbauen wollen. Aber wir befinden uns ja in Amerika, und ein Motiv oder ein Thema, das ja immer wieder auftaucht bis dahin, ist ja eigentlich, dass das kein Land für Götter sei. Und trotzdem haben wir ja Götter rumlaufen. Natürlich ergibt sich für mich zumindest, für dich vielleicht ja auch, die Frage nach der Interpretation oder nach dem Amerika-Bild. Denn ich glaube, wenn man so die Leute auf der Straße ansprechen würde, die haben dieses christliche Amerika-Bild mit vielen christlichen Gruppierungen, die das Ganze dominieren. Und hier wird ja quasi amatabula rasa gemacht und der Leser dagelassen und ihm auch keine konkrete Antwort erst mal gegeben. Was ist denn das für ein Amerika? Warum keine Götter? Wir haben doch hier alles Mögliche. Ja. Ja, ich finde es auch sehr interessant, in welchem Kontext Neil Gayman angefangen hat, dieses Buch zu schreiben. In dem Director's Cut, beziehungsweise heißt es wirklich Director's Cut oder Author's Cut? Ich bin mir nicht sicher. Also hier steht Director's Cut. Jedenfalls in der Jubiläums-Edition von American Gods schreibt er ja auch dieses längere Vorwort, wie er angefangen hat, dieses Buch zu schreiben. Dass er eigentlich diese Idee von einer Begegnung in einem Flugzeug hatte und dann eben nach Amerika selbst gezogen ist. Und American Gods eigentlich seine Art und Weise war, irgendwie Sinn in diesem Amerika zu finden. Was ich auch so schön finde, ist diese Atmosphäre von amerikanischem Hinterland. Also dass er Orte Amerikas nimmt, die jetzt nicht unbedingt in der Populärkultur so eine starke Diskurs macht haben. Weil normalerweise ist es ja New York, L.A., so auf die städtischen Zentren. Aber große Teile der Handlung von American Gods spielen entweder auf Autobahnen, auf Landstraßen oder im Hinterland in irgendwelchen 500-Seelen-Dörfern. Und lustigerweise war American Gods ja deswegen auch Vorlage für Supernatural. Ach, ist das so? Ja, ja. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe. Aber es wurde davon geredet, dass eben American Gods einfach dieses Roadtrip-Feeling von American Gods auch Vorbild für Supernatural dann tatsächlich war. Und deswegen auch so lange überlegt wurde, ob man das wirklich nochmal in eine Serie oder in einen Film packen soll. Wir kriegen quasi das echte Amerika gezeigt. Das, was Trump gewählt hat. Ja. Beziehungsweise das Amerika, wie es glaube ich, von amerikanischen Autoren und Autorinnen selten dargestellt wird. Okay. Du hast es ja auch gerade schon angesprochen, ein bisschen abseits von der Kulisse her. Wir haben ja aber auch Religionen, die wir kennenlernen oder vorgestellt werden, die ja auch etwas, sagen wir mal, abseitig vom Mainstream sind. Also Mr. Nancy, der kommt woanders her. Wir haben Billquiz, das Bestattungsinstitut mit Mr. Ibis und Mr. Jekyll. Und noch zwei anderen Figuren dabei. Also wir haben bis zu dem Zeitpunkt ja auch, bis auf die Tatsache, dass zwischendurch kurz Weihnachten ist, haben wir ja mit Christentum bislang noch nicht so viel am Hut. Bei der Beerdigung von Shadows Frau wird da auf Christentum angespielt. Das ist mir nämlich vorhin wieder eingefallen. Darin konnte ich mich nicht mehr erinnern. Nee, eigentlich nicht. Wir haben auch bezüglich Islam selber auch nur so einen kleinen Teil ja drin. Nur ganz wenige von den großen, wie man ja klassisch immer so sagt, Weltreligionen, die da drin sind. Und wenn wir das gleich nochmal aufgreifen und diese Amerika-Frage geklärt haben, dann können wir vielleicht auch kurz zum Intro. Ich überlege gerade, kam was aus dem Bereich Hinduismus vor? Ja, da taucht Miss, ich weiß es nicht, auf jeden Fall eine Frau. Fun Fact am Rande, das ist auch nicht Spoilery, aber im Director's Cut gibt es ein Bonus-Kapitel, das es nicht in die fertige Version des Buchs geschafft hat. Und in diesem Bonus-Kapitel treffen Shadow und Mr. Wednesday auf Jesus. Da bin ich auch schon drauf gespannt, denn das habe auch ich noch nicht gelesen. Also es ist dann einfach hinten angestellt, weil es anscheinend dann überhaupt nicht mehr reingepasst hat. Ich kann mich leider nicht mehr genau an den Kommentar von Neil Gaiman erinnern, ob er selbst der Meinung war, dass Jesus da eigentlich nichts mehr zu suchen hat. Okay, das klingt arg polemisch, aber dass Jesus im Narrativ des Buchs nichts zu suchen hat. Wer aber nach der Logik unserer, also die wir ja bisher haben, so wie Götter ihre Macht bekommen und ähnliches, durch Glaube und durchaus auch noch durch Rituale und Anbetung speziell, müsste Jesus ja eigentlich ein Big Player sein. Ja, also die Frage ist, ob Neil Gaiman von sich aus gesagt hat, ich möchte wirklich über die in Anführungszeichen archaischen Götter schreiben, um bei der Terminologie von Iliade zu bleiben. Oder ob er von anderer Stelle vielleicht noch den Rat entgegengenommen hat, für den amerikanischen Markt lieber keine Darstellung von Jesus niederzuschreiben. Das finde ich eine spannende Frage. Wirklich, ne? Wir hatten es ja aber vorhin auch über die Civil Religion noch in der Vorbesprechung. Finde ich auch ganz interessant, dass das Konzept der Civil Religion, das ja darauf beruht, gesehen wird, dass vermeintlich säkulare Dinge mit religiösen Rhetoriken aufgeladen werden, um quasi einen gemeinsamen religionsanalogen Überbau zu schaffen. Zum Beispiel die Flagge, die Unabhängigkeitserklärung, der Präsident, das Weiße Haus und so weiter. Dass dieses Konzept der Civil Religion eigentlich in American Gods wieder völlig vom Tisch gekehrt wird. Es ist spannend, dass kein Gott des Amerikanismus oder des Exceptionalism auftaucht. Ja, also die neuen Götter, die auftauchen, sind tatsächlich globalgeschichtliche, transkulturelle, translokative Phänomene, die religiöse Gegenwartsszenarien eigentlich in allen Kontexten beeinflussen. Ja, ich hatte da auch noch ein Zitat, das, glaube ich, Media heißt, die in der Serie auf jeden Fall die Figur angesprochen hat. Übrigens von Gillian Anderson, also Scully aus Akte X gespielt. Und zwar, ich bin die Deppenglotze, der Fernsehapparat. Ich bin das allsehende Auge und die Welt des Kathodenstrahls. Ich bin die Flimmerkiste. Ich bin der kleine Schrein, um den die Familie sich zur Anbetung versammelt. Wir haben das allsehende Auge da auch als Motiv, was wir auch oft im Dollarschein haben. Wenn man so möchte, amerikanische Kulturanbindung, aber keinen expliziten patriotischen oder nationalistischen Charakter mit dabei. Ja, die Frage, die sich stellt, wenn man eben American Gods als Reflexion über rezente Religionen versteht, ist, inwiefern es überhaupt noch in Gegenwartsszenarien eine Rolle spielt, ob das jetzt Amerika ist oder ob es nicht genauso gut Europa, Asien, Südamerika, Australien sein könnte. Ja, wobei, wenn ich dieses Zitat auch nehme, wenn dann plötzlich, sagen wir mal, auf den deutschen Kontext bezogen, plötzlich irgendwie so eine RTL2-Deppensendungsgöttin auf einmal auftauchte, die dann wahrscheinlich sich mit allen möglichen anderen von Fox News und was es sonst noch irgendwie für internationale Deppengeschichten gibt, zusammentut, das erzeugt einen Schauer auf meinem Rücken. Ja, Civil Religion, auch eine interessante Frage, die man sich dann mal in dem Buch genauer ansehen könnte, wie das überhaupt alles zusammenpasst oder wie man dazu kommt, das alles einfach wegzulassen. Ja, wir können uns stundenlang drüber unterhalten, aber wir haben ja auch so ein bisschen Zeitlimit gesetzt bekommen. Darum sprechen wir ganz kurz noch über das Intro. Mir persönlich ist da sehr das Herz aufgegangen, weil man da so viel einfach auch rausinterpretieren kann. Wie ging es dir dabei? Ja, bevor du anfängst rauszulesen, lass mich einfach nur kurz sagen, ich habe das zehn Minuten, bevor wir angefangen haben, uns vorzubereiten und aufzunehmen, noch schnell angeschaut und dachte, ach ja, die 30-Sekunden-Intro. Schreibst dir schnell ein paar Sachen raus und kannst drüber reden und wirkst kompetent. Ich habe angefangen, das Intro zu schauen und dachte so, holy shit, ist das viel. Also es ist wirklich so schneller Wechsel, so vielschichtig, so viele verschiedene Symboliken, Ästhetiken, Narrative. Ja. Da könntest du eigentlich zehn Seiten Arbeit mindestens drüber schreiben. Vor allem dann auch, wie das alles ästhetisch verknüpft ist. Und ich bin sehr gespannt, weil das Intro nochmal so ganz andere Farbgebung, Farbgebung, andere Ästhetik, andere Wirkung irgendwie hat als die Trailer, bin ich jetzt umso gespannter auf die Serie. Die Trailer waren irgendwie mehr so dieses Epische und es ist eine Auseinandersetzung und auch diese guten Stichworte Old Gods fading, New Gods rising und in dem älteren Trailer noch America will believe. Aber diese Opening Credits, finde ich, setzen nochmal so ganz andere Akzente, die vorher noch gar nicht in den Trailern drin waren. Aber jetzt überlasse ich dir das Wort. Wie viel hast du gefunden? Was hast du alles gefunden? Ich bin noch gar nicht fertig. Ich habe zwischendurch eine Pause gemacht und dann kam mir was dazwischen. Also so ein paar Sachen, die konnte ich einfach nicht irgendwie nachinterpretieren, gerade was so technische Geschichten waren. Also für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, das letzte Bild ist auf jeden Fall am Totemfall nachempfunden, wo dann alle einzelnen Segmente, die wir vorher vorgestellt bekommen, aneinandergereiht sind. Oben mit einem großen Raubvogel irgendwo drüber, der übrigens nicht, bevor das irgendjemand meint, kein Adler sein dürfte. Aber wir können da ja gerne auch mal drüber diskutieren. Ihr könnt uns anschreiben oder den Jungs, die ja den Pott eigentlich machen, anschreiben. Oder uns auf dem Symposium anhalten. Genau. Aber vielleicht haben wir auch nach der ersten Staffel nochmal Redebedarf. Genau. Und machen nochmal eine wahrscheinlich doppelt so lange Nachbesprechung. Also nicht doppelt so lange wie diese Folge, sondern doppelt so lange wie die erste Staffel wahrscheinlich. Ja, mindestens. Aber was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, und zwar das ist mein Lieblingsbild aus den Opening Credits, weil ich zu so einem ähnlichen Thema auch schon ein Seminar hatte, was ganz nett war. Und zwar ein ans Kreuz genagelter Astronaut. Das ist so viel, was man da reininterpretieren und rauslesen kann. Ja, das fand ich generell an diesem Intro am schönsten. Das hat ja eben so ein bisschen so diese Neonschrift-Ästhetik von der Farbgebung her. Genau, könnte auch so eine Deko an so einem Motel in der Nähe von einem Reservat oder so sein. Und dann eben so wie geschickt immer so diese Übergänge zwischen alten Ästhetiken und neuen Ästhetiken gemacht werden. Also es sind auch viele, in Anführungszeichen, klassische Darstellungen, die man aus der Religionsgeschichte kennt, irgendwie zu finden. Aber es verschwimmt dann immer zu eben neueren Motiven, was ich ja auch ganz creepy dargestellt fand. Ich muss mir das noch mal angucken. Aber der lachende Butter, der in diesem Trailer war, sah für mich irgendwie super psycho aus. Das ist, glaube ich, auch die Anspielung. Also wenn wir jetzt schon da wieder in die Interpretation reingehen wollen. Aber da fliegen ja eben die Pillen rum. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Anspielung schon auf östliche Erfahrungsreligionen und wo man dann halt eben Selbsterfahrung mit Ecstasy, Amphetamin und so ganz kurz gefasst, da kann man natürlich auch so viel reininterpretieren. Aber ich muss sagen, bei Ganesh dachte ich irgendwie so, ja gut, in Anführungszeichen normale Darstellung, wie man sie sieht. Aber ich fand es interessant, dass ausgerechnet der Buddha so... Vielleicht liegt das auch einfach irgendwie an der Überforderung, die ich gespürt habe, dass mich das gerade so verwundert. Weil ich habe angefangen zu schauen und dachte so, mir geht das religiögenwunstwissenschaftliche Herz auf. Und dann so nach zehn Sekunden dachte ich, oh Gott, das ist viel zu viel. Das kann ich nie im Leben irgendwie in zehn Minuten auseinanderdröseln und noch gewinnbringend besprechen. Ich habe da auf jeden Fall noch Redebedarf diesbezüglich du ja anscheinend auch. Für alle anderen, die das jetzt hier hören, da bin ich auf jeden Fall diskussionsbereit und auf ein Symposium spätestens vielleicht. Wir müssen hier keinen unbedingten Workshop oder so draus machen, aber so ganz schnell zusammengefasst, was für Motive religiöser Art oder Bilder, Symbole dann alles vorkommen. Wir haben Yggdrasil, wir haben die Nornen, wir haben eine Menorah, die in jedem Arm einen einzelnen Steckeranschluss hat. Wir haben diesen lachenden Bodium, über den wir gesprochen haben. Wir haben eine Flugzeugturbine unter dem Lotus, auf dem ein Garnisch sitzt. Wir haben eine leuchtende Pyramide mit einem kleinen Aibo, also so einem Roboterhund, drapiert wie eine Sphinx. Und wir haben diesen berühmten, winkenden Neon-Cowboy aus Las Vegas, den haben wir auch mit da drin. Und mein persönliches Lieblingsbild erstmal den gekreuzigten Astronauten. Also guckt es euch an und vielleicht seid ihr genauso geflasht wie wir. Ja, das müssen wir auch auf jeden Fall noch verlinken an gegebener Stelle. Das werden wir, beziehungsweise die Jungs aus Bremen sicher tun. Aber die Zeit, die rennt und sitzt uns im Nacken. Wir müssen leider Schluss machen fürs Erste, fürchte ich. Ja, leider. Ich hätte darüber noch stundenlang reden können. Ich kann darüber noch stundenlang reden. Wir haben ja auch erst die Oberfläche angekratzt. Also bevor es Kritik hagelt, ihr hättet darauf mehr eingehen können und so. Wir haben schon drüber ein bisschen rumgefeixt. Wir hätten auch eine Vorlesung draus machen können. Ja, eigentlich eine komplette Vorlesungsreihe. So eine Ringvorlesung aus verschiedensten Disziplinen auch. Vielleicht auch eine Masterarbeit, habe ich schon gemeint. Ja, also wie wir in der letzten Stunde, die hoffentlich noch zu 45 Minuten komprimiert werden kann, und es tut uns leid, dass wir überzogen haben. Nein, 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 nicht rauschneiden, nicht rauschneiden. Bitte nicht rauschneiden. Ja, aber wie wir als Fazit eigentlich festhalten können, sind wir ja beide rein subjektiv auch von American Gods überzeugt. Ich bin generell Fan von Neil Gaiman geworden, obwohl ich ihn lustigerweise lange Zeit nur als den Mann von Amanda Palmer kannte. Normalerweise ist es ja immer andersrum, dass man Leute eher als die Frau von kennt. Und ich bin begeistert. Ja, ich bin sowieso immer wieder begeistert, wenn ich Popkultur irgendwie mit meinem Studium in Verbindung bringen kann. Wir sollten ja mittlerweile eigentlich alle wissen, dass es einfacher geht, als man denkt. Aber ich bin vor allem froh, wenn dezidiert auf Religion angespielt wird und auch auf real existierende Religionen. Und es taucht, glaube ich, sogar eine Figur auf, die sagt, ja, das habe ich in meinen College-Kursen zum Thema vergleichende Religionswissenschaft gelernt. Die Sam, ja. Ja, da saß ich auch kurz in der Mensa, habe gelesen und so in mich reingegrinst, weil ich dachte, es gibt jemanden, der über Religionswissenschaftlerinnen schreibt. Also ihr seht, Buch lesen lohnt sich auf jeden Fall. Und die Serie wird wahrscheinlich auch ganz gut, auch wenn HBO, muss man ja dazu sagen, ich glaube, vor drei Jahren oder so damals bei der ersten Idee der Umsetzung gesagt hat, haben jetzt drei Schreiber ausprobiert, das lässt sich nicht machen. Aber Stars sagt, es funktioniert. Und wir wünschen der Serie auf jeden Fall alles Gute, dass sie uns als Buchfans zufriedenstellt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Gucken und beim Lesen. Und wir sind auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt zur Ausgabe jetzt und auch Meinungen inhaltlich. Und ansonsten noch ein Dankeschön natürlich nach Bremen an die Jungs. Dass wir das einfach so ändern durften und den Vertrauensvorschuss bekommen haben, dass wir uns an 45 Minuten halten. Genau. Und wir haben ja hoffentlich euch jetzt damit zeigen können, man kann, wenn man das mit entsprechender Leidenschaft hier präsentiert, und das haben wir hier hoffentlich, also Laura auf jeden Fall, präsentiert das Thema. Und dann könnt ihr die Jungs auch sicherlich mal fragen. Und die sind immer ganz froh, wenn die dann ein bisschen entlastet werden und dann was Gutes irgendwie reinpacken können. Und so halten wir den ganzen Podcast ja auch für alle dann auch am Leben. Ja, traut euch ruhig. Einfach mal trauen, einfach mal fragen. Ohne läuft es einfach nicht, oder? Ja, ich bin auch stolz, dass ich mal dabei sein durfte. Und ich hoffe, dass sich wieder die Gelegenheit ergibt. Ja, da habe ich bei dir auf jeden Fall gar keine Bedenken, fachlich und inhaltlich. Und vielleicht dürfen wir das ja auch noch mal ein weiteres Mal machen, am Ende der Serie oder zu irgendeinem anderen Anlass. Mal gucken. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das Ganze auch mit dir zu machen. Vielen Dank dafür. Ja, auch dir vielen Dank, dass du auf mich zugekommen bist und ich über ein Thema podcasten durfte, für das ich bei weitem nicht genug Zeit hatte, mich noch mal vorzubereiten. Aber du hast es ganz gut hingekriegt. Ja, ich hoffe, die Hörer sind auch damit zufrieden. Bin aufs Feedback gespannt und lest das Buch, schaut die Serie. Und abonniert den RW-Pod. Ah, natürlich. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Leute das schon gemacht haben. Und teilt es mit Freunden, Familie vielleicht auch, wenn dir das interessiert. Ist ja vielleicht auch in den nördlichen Kreisen ganz interessant. Und ich kann da jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber ich denke mal, Laura, du hättest da durchaus Interesse, wenn da jetzt von nerdfachlicher Seite irgendjemand dich fragen würde, hey, Laura, hättest du denn nicht mal Lust, vielleicht eine kleine Analyse zu geben, die wir dann unseren Fans hier präsentieren können, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, melde euch bei Laura oder bei mir, wenn es da vielleicht irgendwie Interesse gibt. Und ansonsten wünschen wir euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Und wir sehen und hören uns dann spätestens auf dem Symposium München. Laura, du hast das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Also wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, guten Abend, Weg zur Arbeit, wann auch immer ihr das hört. Und verbleibe mit freundlichsten Grüßen und vielen Dank fürs Zuhören.